Nach dem großen Erfolg von Theo gegen den Rest der Welt, kommt jetzt die neue Komödie von Peter F. Brinkmann ins Kino. Die Heartbreakers. Sie haben schon viele Herzen gebrochen. Wollen wir mal sehen, ob Sie es auch heute wieder schaffen. Die Heartbreakers aus Recklinghausen spielen My Generation. Das ist jetzt die dritte Anzeige diese Woche. Weswegen nächtliche Ruhestörung. Schon wieder dieses safte Arsch von drüben? Was binden Sie sich überhaupt ein? Nicht mal lasse ich euch hochgehen. Der Mann ist doch am Erd, das sehen Sie doch. Ja, also für euch. Der ist doch reif für den Elektroschock. Aber meine Nacht ist um vier zu Ende. Oh, was können Sie am Ende? Ich kann Sie wirklich nicht mehr alle auf der Latte haben. Wir laufen am Heiligen Sonntag Blasen, nur um die Heartbreakers bei Laune zu holen. Was denkt ihr euch eigentlich? Biko, das ist eine Kirche hier. Ihr kippt doch aus den Natschen nur, weil ein paar Leute gepfiffen haben. Wir haben ja nicht zu uns angefangen. Wenigstens dein Stall zu. Entschuldige. Entschuldige. Was macht ihr denn hier? Wir wollten bloß mal gucken, was du so treibst. Ihr seid also die Heartbreakers, stimmt's? Habe ich mir doch richtig gemerkt. Eine leibhafte Beatband, wie man sieht. Wunderbar. Ich sage immer, man muss mit der Zeit gehen. Sonst geht die Zeit ohne einen. Spielt das Fräulein etwa auch mit? Ich bin kein Fräulein. Ach so, ja auch, das ist ja auch egal. Hat dich jemand schon mal so richtig in die Eier getreten? Hast du trinket, Jungs? Nein! Was spürt man, wenn der Schmerz nachlässt? Keine Ahnung. Man spürt seinen Herzschlag. Ach so. Und wo spürt man seinen Herzschlag? Weiß nicht. In den Eiern spürt man seinen Herzschlag. Wumm, 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 immer voll drauf. Ach so. Ja, ach so. So muss auch der Bass kommen. Wumm, wumm, voll auf die Eier. Der Beat kommt aus dem Englischen, heißt Schlagen. Kapierst du das? Warum spüren wir da nichts von Beatles? Ich fahre nur nichts mit Minderjährigen an. Wie meinst du das? Jeder weiß, wie das endet. Ich meine, kommt überhaupt nicht in Frage. Geht kein Quatsch und leg dich hin. Warum kommst du zu mir? Weil du der Einzige bist. Der was? Der mich nicht anfasst. In tausend Jahren nicht. Eben. Ich hab monatelang nichts von ihr gehört und du erzählst es mir nicht, wenn du sie triffst? Naja, sie hat mich nur mal kurz besucht. Sie hat mit dir geschlafen, stimmt's? Sie hat mit dir geschlafen, stimmt's? Sie hat mit dir geschlafen, stimmt's? Sie hat mir doch klar gemacht, dass die Pumse... What thing? You make a heart sing. You make everything. Aber macht euch doch nicht unglücklich wegen solcher Musik. Was mich mal interessieren würde, warum wackelt dieser Mick Jäger eigentlich immer so mit dem Arsch? Hat der Hämorrhiden oder ist er schwul? Nein, ich hab geier! Nein, ich hab geier! Ich hab geier! Nein, ich hab geier! Untertitelung des ZDF, 2020